Wir versuchen heute Terraria auf einem des schwierigsten Seeds durchzuspielen, jedoch gibt es einen Twist, die Spawn-Rates aller Mobs wurde verzehnfacht. Ob wir dieser Challenge gewachsen sind, werdet ihr in diesem Video erfahren. Falls euch das ganze gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, ihr würdet mich damit riesig unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Yo, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Oh hell no. Ja, na egal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ho. Ich versuche mal in die andere Richtung zu rennen, glaube ich. Habe ich noch Glück live für eine zweite Falte? Actually. Bro. Bro, du sollst die Falte auch wieder zu machen. Sorry. Ach, Digga. Hast du eine Insel? Digga, was wir unbedingt bräuchten, ist vom Kings Slime diese Scheiße, dass wir Slimes nicht hätten können. Warum braucht man einen Schlüssel dafür? For the Word, yeah. Bro. Moglich einen Schlüssel her. Und Dungeon. Digga. Ich will einen Schlüssel haben, das nervt mich voll. Okay, rechts ist erst mal, erst mal vorbei. Ich mache jetzt unseren Elevator weiter, das geht ja sonst nicht. Digga, wir brauchen unbedingt Hermesstiefel oder so. Ne, jetzt kommt ein Wurm jetzt nicht weg, Alter. Das kannst du nicht sagen. Grrrr. Hart, Alter, hart. Hartes Base Layout. Finde ich auch, oder? Ha. Tolles Haus, was wir da gebaut haben, Alter. Nicht. Oh, da kommen die Viecher hier rein. Ja, weil die Traptor schon wieder offen ist. Abonnier the real bun, Junge, ich wollte es gerade abbauen. Later. Aber ich finde es gut, die Lava-Scheiße hier funktioniert gut. Die Sachen verbrenne nicht und die Sachen sterben. Ja, die steht hier und macht es gar nichts, oder? Ja, ich sammle Gold und ganz viel Shackles, Junge. Ja, geh mir mal, warte mal oben, hast du noch Gold? Ja, ich hatte 30 Gold drin. Nutz bitte nicht alles. Ich meine, wir kriegen zwar schnell Gold, so. Das war jetzt eine Nacht. Weil jetzt links ist Wüste, oh mein Gott, links ist die Wüste, ne? Ja. Was machst du, Jogi? War am äußersten Block davon gestanden. Oh, ich fände nicht, dass die Range so weit geht. Ähm, rechts war es wahrscheinlich das Pilzbjom, wo du warst, ne? Alter, wie viel hier los ist, Junge? Oh, ich sterbe jeden Moment, glaube ich. Ich habe Nachtsicht. Ich habe Blindheit. Hey, rechts ist ein Lebenskristall, siehst du denn? Ja. 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 Hey, da und ist eine Knochenkling, göttliches Bonesword. Willst du meine vorherigen oder die neuen, Herr Stehlen? Äh, sind hier welche drin oder was? Ja, ich hatte welche. Ist mir egal, ist mir eigentlich echt egal. Ich habe eine neue Klinge jetzt, ist saugeil. Dankeschön. Soll ich die auch wieder benennen? Ach, nö, Digga, das ist jetzt... Oh mein Gott. Ey, wait, Piggybank, Piggybank. Das wird so geil. Actually, ja. Alter, stirbt hier alles. Alter, stirbt hier alles. Junge, 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 ey. Okay. Alter, Junge, Sarambazamba, Junge. Warte, ich komme, ich komme. Alter. Ich komme und darf ich nochmal nicht spawnrate. Let's go. Heilige Scheiße. Ey, Sharktooth Necklace. Also, wenn wir hier keine Piggybank bekommen, ne? Ey, Piggybank. Bro, ich habe jetzt schon 22 Gold. Ey, ich habe eine Piggybank. Da hier. So. Komm, mein geiles Knochenschwert an. Damit kann ich actually Sachen machen. Actually, ich glaube, ich renne jetzt mal in irgendeine Richtung. Okay, ich habe eine Schnürsenkelkappe gefunden. Nee, Bro, du bist bei den Corruptern gewesen. Bist du einfach durchgerusht? Ja. Ach, du Scheiße, Junge, ist der eine riesig. Oder eine war riesiger als das Doppelte vom Charaktermodel. Na, Bro, das ist ja ekelhaft. Hast du das auch gesehen? Oder ist es einfach weggeknobiert? Wer ist den riesen, das ist riesenviel? Ja. Oder? Ich bin einfach dem vorbeigejampt. Ja, Perp habe ich auch gemacht. Digga, die sind gigantisch. Und das sind vor allem 50 Millionen. Ja, jetzt verfolgt mich so ein Pisswurm, Junge. Das kann es ja nicht sein. Dann fickte ich erst noch ein verdorbenes Biom, Alter. 118 Schaden, ey, mir brennt der Helm. Das Housing ist suitable. Okay, da war 8 Sekunden, sollte bald herkommen. Hoffentlich. Wenn die Nurse kommt, Alter. Wenn die Nurse kommt, dann... 900 Schaden durchs Explosive Bunny. Cool. Ich... Och, Bro. Du stinkst. Bro, Junge. Das ist echt crazy, ne? Wieso passiert es dir so oft? Digga, alles in Trümmern, Alter. Das ist echt hässlich hier, was wir hier gebaut haben, ne? Ich glaube, wir haben lange nicht mehr so eine Abomination gebaut. Boah, siehst du die ganzen Hasen da links? Okay. Wo habe ich den Eimer hingelegt, ist die Frage. Da ist der Eimer. Haben wir noch irgendwo Lava? Willst du Schleimkrone craften gehen? Am Dämonenaltar. Egal. Ne, okay. Ja, kann ich machen. Die Lava fließt noch ein bisschen runter. Wie Schiffkießt? Was hast du gemacht? Die Lava von oben. Ach so. Ne, Digga, das ist nicht feierlich, was hier passiert, Alter. Hey, du kannst, du hast ja bestimmt Linsen. Du kannst gleich ein paar Spisches Augen noch mit dazu craften. Oh Gott. Hast du Linsen jetzt dabei? Hm, hm. Ich glaube, dir welche. Ich will keine Augen craften. Ich komme da eh nie hin. Ach, dann crafte ich jetzt welche. Boah, wir haben uns auch echt die Nacht einfach dafür ausgesucht. Da ist auch ein bisschen lost. Na, das geht schon. Na, das ist ja nicht so, dass über Augen rumfliegen. Ich bin voll, das passt schon. Jetzt geht's an. Ah, fuck jetzt nicht mehr. Ah, jetzt nicht. Was ist geschafft? Ja. First try. Okay. Ähm, ich hab vier Augen gecraftet. Willst du noch mehr? Warte, 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 warte. Nimm noch mehr Linsen mit. Ich hab nur 26 mitgenommen. Das war ein bisschen dumm. Hast du noch Dynamit? Ja. Dann können wir noch ein paar Schattenkugeln kaputt machen. Aber, Bro, ich sag's dir so, wie es ist. Falls du herlaufen willst, wird's nix. Ja? Du kannst es gerne probieren. Da sind 60 Millionen Eater auf Souls links und rechts von mir. Ich bin eingebaut. Ach du Kacke. Junge, was ist hier los, Alter? Okay, warte mal, warte mal. Scheiße, Digga. Ich hoffe, du hast auch Bomben und nicht nur Dynamit. Warum? Ja, Bro, wenn du jetzt hier Dynamit playst, dann entweder stirbst du. Oder du sprengst hier alles auf. Warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Komm nach links gleich. Oh nein, Junge. Oh nein, Alter. Okay, Big. Okay, die Weißen sind tot. Du auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Hast du wenigstens gecraftet? Yes. Hör das sind ge-toppt. Das geht, aber hast du ge-craftet? Ja, natürlich. Ach Gott, Fless. Ich hab nur die, nur die Kronen. Ist es okay, ist es okay, ist es okay. Ach Wai, du hast Granaten, ne? Das ist eigentlich schon voll smart. Ich hol mir auch welche. Aber warte mal, die fliegen ja hier durch. Ja. Ist ja voll scheiße, da muss ich immer nach oben. Beziehungsweise, du musst halt hier so hin. Du siehst mich ja gerade, du musst halt hier so hin. Und dann halt hier so ein bisschen so hangeln und die dabei werfen. Aber, das geht schon eigentlich. Du hast hier nicht gedauert. Ah doch da. Okay, ich habe ein Golden Delight. Das macht Increased Lifejet Regeneration für 48 Minuten. Und ich hab ne Red Potion. Ich trink die mal. Was kriege ich? Alter! Ähm, Immun to Lava. Shows, Location. Digga, ich hab Spelanka Potion. Hard Pickup Range. Swiftness. Inferno. 20% mehr Leben. Digga, ich hab nur geile Sachen eigentlich. Bis auf das mit den Ärzten. Längst von links kommt er. Ach du kacke, stimmt. Der ist ja so groß. Easy, wir kriegen den solange er da unten ist. Alles klar. Ich muss einfach kurz unter die Plattform, dann drofter schon von alleine runter. Ja, oder so. Guck ihn dir an. So, jetzt einmal kurz so runter. Ja, 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 nice. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Er hat mich gepoudert, alter. Die eigene Minute bin ich tot. Ja, boss halt, ne? Und for the world. Und alles schwierig. Aber egal, die Taktik, die wir haben, die ist broken. Na, mach mal schon. Mach mal schon. Immer wenn er kleiner wird, einfach kurz unter die Plattform. Digga, ich hab den noch nie so easy besiegt im for the world, die glaube ich. Digga, 30 Sekunden noch hart, alter. Aber guck mal, der hüpft nie so hoch. Ich hab das ja auf ne perfekte Höhe platziert, Junge. Ist crazy. Was will er machen? Legit. Nice. Achtung, ganz viel Slimes. Aua. Die Nades. Hart, Junge. Brauchst nicht viel besser als erwartet. 30 Minuten muss ich jetzt noch überleben. Okay, was hast du? Ach, scheiße, Junge. Ja. Warten wir werden nicht hat. Ich. Wir können ihn auch noch mal besiegen, wenn du willst. Du hast ja noch ein zweiter, ne? Wow. Der hat mich mit der Tipp erwischt, Alter. Du bist ein bisschen wieder zu weit hochgegangen. Ja, passt aber. Ach, jungens muss ich zu ewig warten. Oh, ich hab glaub' ich hab' einen goldenen Schmetterling getötet. Ah, perfekt Slime-Mount. Oh, big. Okay, actually. Ich glaub' das ist sogar gutes Schleim-Accessoire, oder? Was sagst du? Guck' das an. Oh ja. Oh, geil. Das einzige Mal, wo ich das auch nutzen würde. Ist crazy. Hörst du jetzt auf? Bleibst du jetzt drin? Hä? Dein Grammstein hat mich getötet! Tötet mich das jetzt eigentlich? Ne, ne? Ich hab' nur vorhin der andere... Ich hab' nur vorhin der andere... Ich hab' also vorhin... Vielen Dank.